So, naja, ich drück wieder Aufnahmen und dann geht er wieder nicht, weil ich dann wieder nicht laufen kann, weil bei Sternchen der Chat sich immer aktiviert. Ja, ich hasse es. Macht unser Bogenschütze da jetzt eigentlich noch was? Schießt ihr jetzt eigentlich noch? Ist jetzt schon wieder am Aufnehmen? Ich bin wieder am Aufnehmen, ja. Kann ich doch mal was sagen? Warum? Hallöchen erstmal. Ja, Hallöchen erstmal, genau. Warum sollen wir denn was sagen? Ja, ich hab meine Aufnahme ja auch gestorbt. Achso. Oh, du Keule. Hey, du Euletter. Oh, Alter. So, Fasernbett. Ihh, 58 vergammeltes Fleisch. Das kann nur noch bei Fee rauskommen. Was? Abstehner schlagen. Ich denke schon. Da wird keiner was dagegen haben. Doch. Ja, das stimmt. Wofür brauchte man dieses Dämonenblut eigentlich nochmal? Ich weiß zwar jetzt, wo man es wirklich hat, aber ich hab vergessen, wofür man es braucht. Für irgendein Gebräu, also für diese Kessel. Ja, gut. Ja. Ich weiß jetzt, die Viecher, die man nachher töten muss, die sind nicht stark. Manche, es gibt nur jetzt mittlerweile neue von dieser Art, die sind rot und die explodieren. Also die stellen sich vor dir, machen irgendeine komische Bewegung und machen dann Peng. Ja, toll. Super. Äh, Fee, sollen wir uns nochmal in den Sklavenfarmen gehen? Äh, ne, ich möchte nicht. Äh, wir brauchen aber welche. Wir haben gar keinen mehr, außer den einen Tänzer jetzt und den einen Bogenschützen da oben. Ja, aber nicht alleine. Äh, hallo. Äh, äh. Äh, äh. Nicht mit mir. Ach, Fee, bitte. Ja, dann sterben wir. Ach, Quatsch. Hm. Wir passen auf uns auf. Der traue ich nicht. Und der schuldet. Wieso kannst du eigentlich den Kopf machen und ich nicht? Was kann ich machen? Äh, hier Kopfbedeckung. Warum kann ich mit dem Kopfbedeckung? Hä? Wir nehmen Reskill vielleicht. Du hast doch, es wird doch reskilled letztens. Ach so, muss man das extra nochmal. Ja. Ja, nach diesem einen großen Update, da wo und noch die Skills resetet. also, dass du die Perks dann nicht mehr hast. Ja, aber leichte Brustbass von Leuchte hier, da muss ich eigentlich könnten eigentlich. Leichte Tourwohnen, das muss ich eigentlich können. Kann man hier noch mal. Kann man nicht erlernen. Ich gebe mal Tourwohnen ein. Tun. Näh. Das ist zu blöd. War nichts Falsches. Ja, kann ich irgendwie nicht. Ich finde nicht. Hast du oben vielleicht noch die Marks irgendwie aktiviert, dass du erst auf Rüstung noch drücken musst? Weil du ja letztens nach dem Beutel, Schlauchbeutel gesucht hattest. Ja, ja, aber ich habe die, die große, was ist denn das hier, Rezepte, große Fußfickel, Flickel, grobe Gamaschen. Ach so, ne, Moment, die Fähre hat ja schon wieder die bessere Rüstung. Die klaut uns ja ganz leid an Leder. Ich habe ja noch hier diese Standardausrüstung. Nein, ich habe dann, das war meine Rüstung. Ja, ja, es ist die normale Lederrüstung. Ja, wo hast du die denn her? Warum haben wir denn noch keine Leder, weil wir alles verloren haben? Hä? 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 Nee, das war mit Eisen. Die ist ja noch nicht mal mit Eisen. Das ist nur die ganz normale Lederrüstung ohne Eisen. Komm jetzt mit. Wir holen Sklaven. Kannst mich mal. Ich hole keine Sklaven. Dann bist du gleich der Sklaven. Ich hole keine Sklaven. Wir krepieren, das schaffen wir nicht. Da oben war nur der eine. Oh, warte, ich muss mal eine Keule mal reparieren. Dann lass mich wenigstens die Sachen wegbringen. Naja, das eh. Ähm, Baumaterial. Ähm. Da sind nur Köpfe drin. Sag mal, warum haben wir eigentlich kein Leder mehr? Weil die Fähre wieder alles geklaut hat. Ich hab da nämlich ohne Ende gerade Tierhaut reingetan gehabt. Mh, mh. Ich hab gar... Äh, äh, ich hab das angemacht. Ich habe da wirklich nichts rausgenommen. Kannst du mal bitte wegbleiben hiervon? Hallo? Ja, dann guck mal in die andere Werkbank rein. Okay, dann fuhre ich da nichts mehr rein, ne? Gut. Ich hatte nur Fälle da reingetan, du hohle Fritte. Alter. Hast du nämlich gerade hohle Fritte genannt? Wolltest du einer hier mit der Keule? Komm her, komm mal. Wo bist du? Wo bist du? Ja, guck mal in die andere Werkbank. In die Zimmerer-Werkbank. Da komischerweise ist der Sklave auch noch dran geblieben. Ja, da sind auch noch ein paar. Okay, komm. Ja. Da sind noch ein paar. Wollte grad sagen, da dürfte nämlich noch was gewesen sein, weil ich hatte mir ja einen Bogen da gemacht gehabt. Aber der kostete nicht so viel. Der hat, glaub ich, nur fünf Tierhäute gekostet. Achso. Wie gesagt, das, was ich an Ausrüstung habe, war noch in meiner Kiste. Naja, die du eh schon geplündert hast, du. Rufkopf. Äh, ich muss was essen. Ich möchte mal wissen, warum unsere ganzen MPCs weg sind. Ob das da mit dem Fehler zusammen lag irgendwie? So, jetzt komm, dann. Ja, ich bin doch schon weg. Ich bin doch schon hier. Junge Frauen. Schon oben? Äh, nee. Ich stehe direkt hier. Ich bin doch hinter dir, du Pappnase. Du gehst ja wieder die Abtumwege. Umwege. Nö, ich geh gerade hoch. Ja, kostet mich. Kostet überhaupt keine Energie, ne? Na und, die geht ja aber schnell wieder hoch. Also, wir wären jetzt schneller mit dem Laufen gewesen. Nö. Doch. Weil wir hätten nur zwei da. Naja. So. Wir machen zwei kalt. Was? Achso, ja okay. Man hört mich noch scheinbar. Also, den Bogen, aua. Ja, den Bogen machen wir zuerst kalt. Den wolltest du haben, oder? Ja, erstmal nicht. Du warst ja am rumheulen, dass wir so schnell so ein Sterben. Ich, ich, klopp erstmal erstmal irgendwo drauf, ne? Au, au, au. Okay, Fee. Renn. Renn erstmal. Renn weg. Ja. Ich renne auch. Höh. Renn. 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 Blöd, Mann. Renn. Ich hab gesagt, wir schaffen das nicht. Renn. Diskutier nicht. Renn. Oh, ich hab keine Ausdauer mehr. Renn. Nicht da, das ist doch doof, oder? Das ist aber die Tänzerin. Achso, stimmt. Da heilen wir schon oder? Halt sie schneller. Es ist keine Tänzerin mehr, es ist ein Tänzer. Ja, weil ich ihn dann neu aufgestellt habe, das ist eigentlich ein zweiter Tänzer, die sind alle weg. Das ist immer noch nicht verstanden. Alle sind weg, außer die wir jetzt noch da ausgebildet haben. Wir wollen ja noch mal so. Ja, ja, noch nicht mal süß aus. Nö, nicht mal mal hübsches. Zum angucken. Ja, nix für die Fee. Nix. Warum ist der Macho hier? Da stehe ich auch drauf. Das wäre jetzt ironisch gemeint, ne? Das weißt du. Naja. Guck gerade, ob die uns jetzt hier irgendwo angreifen. Ja, die kannst du knicken, wir schaffen das nicht. Ah, da ist noch einer. Wir sind... Einer ist schon tot. Einer ist schon tot. Gehst du jetzt nicht schon wieder da hoch? Ne, ich bin noch hier. Die stehen da bei uns vor der Bude. Fall doch mal um, Junge! Ah, gut. Wo sind wir? Wo sind wir jetzt umgefallen? Oh. So. Den tun wir jetzt hier einfach mit rein. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Danke. So, und dann tun wir hier direkt Essen rein. Ach, ich muss Steine formen. Oh. Den brauche ich hier nicht mehr mitnehmen. Ich habe ein Knochenschild. Warum musst du Steine formen? Aha. Fee steht auf Steine. Ach, ich mache ich. Wir haben noch eine ganze Kiste voller Steine. Nö. Nö. Fee hat... Ja. Hat einiges gebaut. Frag nicht. Weiß nicht wieso, aber wenn ich... Sobald ich Teamspeak nicht mehr angeklickt habe, kann ich nicht mehr sprechen. Echt nicht? Nein, ich weiß nicht wieso. Ähm... Wenn das nicht angeklickt ist, dann hat das, äh... Ah, das ist eine Einstellung. Sicher? Ja. Sicher? Ja, sicher. Das hatte ich doch auch mal. Ne, wenn du nicht in Teamspeak reingeklickt hast. Ja? Ich... Ich hatte es auch schon mal, ich glaube, ich habe den, warte ich, ich lock mich einfach nochmal ein und aus. Oder so. Das ist gesagt, aber eigentlich ist das ein Backtrade, das da auch mal. War nämlich eine Einstellungssache. Danke, 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 danke. Ich bin mir auch zu glücklich, um irgendwas einzustellen, von daher. Das ist der Joint Channel. Ich denke nach Popo. Oh, testen wir mal. Ja, toll. Jetzt ist die Monatisierung für ein Propo. Du hast Popo gesagt, das geht gar nicht. Achso, ja, stimmt. Oh, scheint aber jetzt zu klappen. Okay. Ich versuche die ganze Zeit nichts Böses zu sagen, ja? Und der sagt Popo. Oh! Ja, damit das monetarisiert wird und du nicht wieder mir die Schuld gibst. Du bist schuld. Du bist schuld. Jetzt habe ich das schon wieder auf Englisch hier teilweise. Ja, aber das kann auch von... Aber hier so, Stärke, strange. Stärke, strange. Damage to you. Arrange Weapons. Ich liebe es so. Belastung. Überleben. Ja, wir müssen nachher auf jeden Fall von dem einen auf den anderen. Ne, hier ein Loch reinmachen. Was ist von dem Geschützten? Damit wir hier rüberkommen und das zumachen. Na, klar. Ach, du bist doof. Hm, klar. Kannst du ja gleich selber bauen. Ja, klar. Eis. Hier. Altatu. Jemir. Was? Jemir. Jemir. Jemir saures. Jemir. 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 Ich bin jetzt dafür, wir holen nochmal ein. Nein. Ich nicht. Mapp. Nee, nee, nee. Kannst du knicken? Wir sterben im Versuch. Wir haben das gerade... Wer hat denn hier die geilere Brüstung? Ich oder du? Ja, trotzdem. Der hat mich fast... Die geilere Brüste... Äh, was? Rüstung! Brüstung! Jetzt kann ich das nicht wieder monetisieren. Er hat das Wort Brüste gesagt. Nein! Hab ich doch gar nicht. Doch. Machst du wohl. Hab ich genau gehört. Ich hab Brüste. 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 Brüstung? Brüste. Ah, scheiße. Ich hab zuerst Brüste gesagt. Das hab ich versprochen. Entschuldige. Ach, scheiße. Ja, YouTube ist halt mittlerweile echt lustig drauf. Scheiße. Jetzt hast du geflucht. Oh, oh. Fähle, du bist raus. Das ist mir shit egal. Ich reg mich hier gerade auf. Ja, gut. Aber die schickeren Brüste hab ich wahrscheinlich auch. Oh, hat's schon mal. Du, he, he, he. Äh, wenn du Brüste hast, hab ich mir jetzt Gedanken machen. Ja, hallo, komm mal hier runter hier. Wo müssen du? Könnte man Videos nicht eigentlich auch ab 18 stellen? Ja, aber du kannst dich auch nicht monetisieren. Nein, 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 weil die Werbepartner das nicht okay finden. Hä? Du darfst nicht mal auf 18. Ja, nicht mal auf 18. Ja, auf 18. Du konntest die nie, äh, ähm, trotzdem nie Werbung drüber schalten, wenn du das auf 18 gestellt hast. Ja, aber du darfst ja nicht mal mehr was sagen. Also, das Problem ist, wenn du was sagst, was nicht werbefreundlich ist. Also, es ist eigentlich fast gar nichts werbefreundlich. Davon mal ab. Ne, selbst mal ein paar Minecraft-Folgen von mir hat man... Trotz, dass ich nichts gesagt hab. Du hast geflucht. Nein, bei Minecraft war ich ruhig teilweise, wenn ich erbauen bin. Jo, warte, es ist ein wieder Bug-Report. Echt? Hä? Als ich grad bei euch gejoint bin. Weißt du, was blöd ist? Der macht da kaputt, der ist auf seine Fackle beim Rennen weg. Ja. Das ist voll doof. Der Biomot ist kaputtiert. Äh, 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 dort ist ja gerade, äh, Workshop-Updates, ne? Ja. Äh, was ist denn, wenn du die mal komplett... ...ähm, die auch abon... ...äh, die aboniert fürs, äh, für, wer heißt das jetzt hier? Äh, für Kohn. Kohn. Soll ich lese es an Kohn? Äh, ja, ja. Ja, ich hab das mal nochmal. Ich hab in den Mods mal jetzt nachgeguckt, da hab ich jetzt immer noch die Kompass-Map, aber die ist jetzt nicht installiert, oder... Also, sie ist nicht, äh, eingespielt. Hattest du, ähm, hast du den neu gestartet gehabt beim Rechner für, für Grafik-Updates? Grafik, äh, 3-5-Updates? Ja, das sollte ich vielleicht auch noch... Aber ich verstehe nicht, vorhin habe ich das ja auch noch gespielt, deswegen... Äh, vorhin, äh... Ähm, bevor du wen das neu installiert hast, oder? Äh, danach, danach. Achso. Aber vielleicht ist das ja so wie letztes Mal, ich bin ja letztes Mal auch gejoint mit meinem alten PC, da bin ich auch erstmal geflogen. Achso, das kann natürlich auch sein. Uhuh, ich bin auch verdusen. Ja, ich bin auch direkt in diesem Bug-Report, keine Ahnung. Ja, man muss... man muss nicht verstehen. Manchmal... Ich muss schon sagen, ich hatte aber auch schon... Frischendlich haben wir mal Schwierigkeiten... Ätel-Ei-Problem, der Bettel-Eindienst läuft nicht. Oh, äh... Achso, äh, jetzt kann ich ihn schlicht abschalten gerade. Nee, du brauchst nicht abschalten, nee, ich starte jetzt einfach mal den PC neu und dann... Äh, aber... hattest du denn Battle-Ei auch installiert? Ja, ja, klar. Achso, okay. Das brauchst du ja eigentlich, oder nicht? Äh, jein. Unbedingt brauchen tut man den nicht, aber ich hab das halt mit installiert, oder beziehungsweise auf den Server gemacht. Und hier, das ist ja dieses Anti-Cheat-System. Von... Äh... Lassen Sie nochmal... Äh, von Steam. Man macht beim PC kaputt, ich kann es nicht mehr schließen. Nein, ich starte den PC trotzdem einfach mal nach. Ob Konn jetzt will oder nicht. Äh... Das wollte ich mal das beste... Uh... Neuer PC... Ja, neuer PC ist natürlich... Ja, wenn ich dann... Gerade Nadel... 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 Neu... Aber der hätte vielleicht nicht unbedingt richtig Spiele installieren sollen. Ne, immer erst später. Äh... Jetzt kommt man ja gar nicht mehr bei dir rein. Ach doch... Kommt man durch die andere Seite. Ich möchte auch keine Männer bei mir haben. Äh... Ich bin kein Mann. Das ist ein Mann. Äh... Was... Titis. Hier, guck. Was... Wo bin ich, Mann? Du hast... Du hast eine Hühnerbrust. Hä? Im realen Leben. Also guck mich an. Das ist hier... Das ist ein Mann. Also... Ich hab da... Also... Wo ich gerade drauf guck... Das ist alles andere als Hühnerbrust hier nur. Guck das ich selber auf die Möpse. Danke. Beidegung. Ja, ihr habt doch sowieso schon Brust gesagt. User jointer Channel. Mimichen. Ihr hattet doch eh schon Brust... Also eh schon vorbei. Also dann bin ich ne Frau. Also ich darf das doch sagen. Eigentlich. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich denn dazwischen ne... Ne andere Brust. Äh... Ja, was dann habt ihr eh schon... Brust gesagt. Das ist eh schon vorbei. Nein, ich habe immer noch Rüste gesagt. Genau. Rüsten. So... Weißt du an, was mich denn erinnert? An das französische Gefängnis, was die Felder gebaut hat. Alcatraz. Alcatraz ist nicht französisch. Welches französische Gefängnis? Gab die... Oder wo war das bei den Römern? Hatten die nicht auch so hohe Gefängnisse? Also so Gefängnistürme? Gefängnistürme? England hatte doch auch den Tower von London. War ja auch ein alter Gefängnistürme. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich kann sagen, aber... Stimmt. Es gab mehrere, aber grad bei den Kelten und so weiter, waren Gefängnistürme sehr beliebt. Also auch in Europa. Ja. Und West... äh, Osteuropa. Wo ist denn unser Schießer? Alter. Ich glaub, ich geh mal wieder so ein paar vielleicht die... die NPCs oben triggern. Ich triggere die einfach mal, die mich verfolgen und nachkommen. Und dann passe ich sie einfach unten ab. Huah! Hoffentlich klappt's. Hm. Irgendwie steht hier vorne keiner. Aber... Es gibt mir zu denken! Fähig, werd gleich Besuch mitbringen. Aber irgendwie... Au! Doch! Aua, aua, aua! Ich werd verkrüppelt! Nein! Bin... Ohohohoh, Faey, ich bring Besuch mit! Mhm. Freu dich! Wo bist du? Oh, äh, äh, Faey? Was? Ähm, ich bring besuch mit. Und du stehst genau bei mir. Hahahaha. Und jetzt? Verfolgen die mich noch? Wo sind die? Na super, nee, auf mich Nein, dann kommen wir hier mit runterrennen Runterrennen Hier, zu mir Hier, hier Genau, der schießt da nämlich So Wo sind wir? Wo sind wir hin? Wo sind die denn? Achta, da ist einer Ist das denn nur der eine jetzt, der gefolgt ist? Alter, warum springen die da so komisch? So Damit wir da wohl wieder ein paar Fighter kriegen hier Versteht nicht, ich startet KON jetzt bei mir gar nicht mehr Hä? Warum? Ich weiß jetzt nicht Ich stehe hier KON extra als Team, KON wird gestartet, aber Das war dann auch Irgendwie hat es nicht mal ein paar Probleme mit mir Vielleicht mal Repair, also wie heißt denn die Funktion da nochmal Von Steam selber Vielleicht hat man das mal ausführen lassen Diese Reparatur Äh, 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 KIT Von Steam selber Da war es auf KON Ja, da muss ich gleich gucken Geht nochmal neu starten Vielleicht irgendwo da Weißt du, der Bug zu suchen oder so Startet KON denn gar nicht mehr, oder? Nein Oder nur, äh, der Server jetzt selber nicht Nee, KON startet jetzt überhaupt gar nicht mehr Die X-Syl wird einfach nie ausgelöst Hä? Die wird einfach nicht betätigt Also, nicht aktiviert Crazy Verbindung zum Steam-Netzwerk nicht möglich Hä? Hä? Das hatte ich letztens auch Öfters, ne, Faye? Das, was die mich aufrufen konnten Offline weiterarbeiten oder irgendwie sowas hatten wir dann immer Das hatten wir auch jetzt öfters Da dann immer stand, äh, offline oder weiter verbinden Und wenn du weiter verbinden oder wieder verbinden Oder versuchst, du es noch einmal gedrückt hast Hat sich Steam total weggehangen Konnt sich gar nichts mehr machen Mir hilft doch meistens nur mal beenden Dann mit der Steam-Netzwerk starten Komme ich wieder in Steam rein? Alter, was denn los mit dem? Ähm, hattest du denn dein Steam auch wieder, äh, aktiv, ähm, verifiziert? Verhabt? Ja Achso Das ist ja heutzutage alles zehnmal verifizieren KON startet einfach nicht, egal, was ich mache Steam nicht, oder? Oder KON? Nee, KON nicht KON startet nicht Weiß nicht, wieso Du bist jetzt auch gerade wieder abgehackt, also komisch Ob, ob, ob irgendwas runterladen würde bei dir, warte Weil ich weiß nicht, was bei mir runterladen sollte Ne, gerade warst du nämlich einmal so, so, weißt du? Ähm, na So, Verbindungs, äh, schwach Äh, weiß jetzt, du weißt, was ich meine, auf jeden Fall Verbindungs-Schwach, das hört sich gut an Äh, aber warum, keine Ahnung Ah, äh, hattest du denn jetzt die Updates vielleicht sich ziehen lassen, mal da, im Mindelgrund, weil du gesagt hast, da wollte ich irgendwas runterziehen? Ne, da lädt jetzt schon gar nicht mehr runter Achso, gar nicht, ist fertig wieder drückt Ja Fehlermeldung kriegst du jetzt auch keine, ne? Nein, das, da steht einfach nur, wird gestartet, aber der startet halt nicht Da steht dann aber auch, in Steam nicht, wird ausgeführt Es passiert einfach nicht Okay Es steht nur die ganze Zeit, wird gladen Das ist ja echt komisch Ähm, hattest du denn jetzt morgen mit diesem, wie heißt denn das, reparieren da versucht gehabt? Repair, ich weiß nicht Das mach ich gerade Achso Aber Keine Ahnung, ob da was bringt An Tagen wie diesen Ich musste damals mal, äh, weil ich echt so mega Bugs hatte, diese, ach wie hießen die, die, äh, ich glaube, Grafik-Engine oder Grafik-Cachet-Engine da aus dem, aus dem, ähm, Ordner mal von, von Cone löschen Dann hab ich auch noch mal dieses Repair, ne, laufen lassen Und auf Fehlersuche oder was weiß ich Da hat er natürlich einen Fehler gefunden Klar, es fehlt eine Datei Die hat er dann ersetzt Oder repariert, wie man auch immer hat Äh, danach ging, komischerweise, war mit dem Cone Bug weg Ich hab schon wieder einen Ah, jetzt geht's Ja, wenn Steam einfach Probleme hat, das zu starten, starte ich das gleich einfach über einen Ordner selber Also den Land, also die Exe selber von Cone Ach, hier geht's ja auch Wenn dann zu blöd mach ich mir einen Shortcut dahin Steam ist eh manchmal voll buggy Ja Also wie gesagt, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal, ähm, echt etwa gestartet haben Und dann kam da auf einmal nur die Meldung, ähm, ja, Steam-Netzwerk nicht erreichbar oder was du gerade hattest Ne, offline oder nochmal verbinden Hast du nochmal verbinden gemacht oder nochmal versuchen gemacht Tod Gar nichts mehr passiert Hast du einfach beenden gedrückt, nachher ging dann noch zweimal wieder starten Manchmal echt crazy Ich hatte, hab manchmal bei Steam auch, dann lädt der mit 1,5 MB runter Mhm Und auf einmal geht der runter auf 300 Kb Ja, das ist auch ganz komisch Oder der lädt gar nicht mehr runter Ja, oder das ist klar Der geht dann wirklich runter auf 16, 15, 14 und dann irgendwann auf 0 Und dann bleibt er auch erstmal auf 0 Bytes pro Sekunde Aber überall anders würdest du mit 1,5 Parteien runterladen Mhm Ja, manchmal ist das echt echt ganz komisch Die verdienen ja bestimmt nicht schlecht da, also so viele Spiele wie die da verkaufen Joa, ich denke Was denen es nicht schlecht geht Ob Valve gehört ja auch dazu irgendwie, zu Steam selber Ist von Valve, Steam ist Valve Achso, ja Achso Aber Ist The Valve auch Oder Valve ist Steam, wie auch immer man das nennen möchte Oder von denen ist Steam halt Ja, ja, das ist halt wahrscheinlich dann so Re Origin Ja, genau Oder YouPlay Genau Wie auch immer YouPorn? Nein Was? Was? Äh So So Achso Das die Kiste von der Faye, die könnt ich mal plündern bisschen Okay Okay Was hat die denn hier alles drinnen? Sagt die gar nichts mehr zu Wo kann ich mir hier die ganzen Sachen da ausnehmen? ich hätte mit der blöden testversion weiterspielen soll meine schuld das nein ist doch nicht deine schuld aber ich musste ja so oder so irgendwann eine neue holen und ich hätte es heute einfach machen soll war ja schließlich ich der gesagt habe ich will vollversion ja gut ja immer über langen Zeitraum wäre wahrscheinlich auch echt nötig gewesen trotzdem beruf aber ich verstehe auch nicht warum das auf englisch bei dir alles so naja ich habe wie so ein laufwerk geschickt gekriegt wo dieses ding halt drauf war also der landschaft dann habe ich halt geöffnet und auf diesen laufwerk war halt nur englisch amerikanisches englisch und französisch mehr und landspakete waren da jetzt in stela nicht mehr bei aber ich kann das halt noch kompatibel machen muss die dinge halten runterladen die sind nur 22 mb groß auch so auch so und hat dann nichts wenn man das creation tool mehr ich habe den namen da vergessen unter lädt und einmal drüber bühlt nur natürlich dann mit der option update ziehen davon von diesem media eigenen microsoft gedöhnt und dann daten und einstellungen beibehalten aber dann leider mal ein bisschen wird aber wobei ein stündchen oder zwei und dann ist das meistens eigentlich also waren meine fehler meistens immer weg bin ich gerade die festplatte kaputt war ja das hoffe ich jetzt nicht das kann man das jetzt auch nach wie lange ist jetzt meine eine festplatte kommt missy kaputt gegangen fängt das weiß ich zwei jahren in den jahren und wiederum im rechten da kann ja zu können Praxis Sachen das ist das denn immer wissen die hallo viel wir hatten die durchblick das hat in mir das hast mir gemacht sie außer so viel hammer liegt von dir Prozent und Zange Kripp Nö in einem Bauern und wenn er in Schauklötzen mit Bauklötzen ja so ungefähr oder ich gleich